Moin moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Mal sehen, wie lange ich jetzt aufnehmen kann. Und ein Event ist hier gleich gestartet. Wir haben hier einen dicken Pilz. Probieren wir uns. Und für die dritte Sammlung ist er auch direkt wichtig. Hab ich schon eh gerade gemacht. Okay. Aber du brauchst ihn noch, ne? Starten wir mit dem Kampf? Ne, ich brauch den nicht, aber den kann man ja gerne mal mitnehmen. Kann man ja mal zeigen. So, erstmal ein bisschen Kleinschiss hier drumherum, glaube ich, hergekriegen. War das nicht einfach? Ja, weil vier Kleinschiss... Deswegen fliegst du gleich weg, oder was? Ja. Au! Alter, ist nie los. Ja, ihr dürft nicht in diese Dinger rein, in diesen Glober. Da müsst ihr ja sehen, dass ihr schnell wegkommt. Ja, ja. Da waren aber auf einmal zu viel Glober. Ha! Meine Güte! Meine Güte! Der Glober entsteht immer, wenn diese kleinen Sporlinge töten. Äh, sterben. Also wenn die jetzt anspringen. Ja, aber die sind auch leider zu klein, als dass man so... Oh, oh, da kommen neue. Ja, ja. Ja, die kommen immer wieder. Ja. Halt! Meine Güte! Oh! Boah! Riech! Ja, down! Läuft bei uns! Oh ja! Aber hier sind auch echt zu viel von den kleinen Dricks scheiß... Ja, wir sind auch echt ein paar wenige. Also es ist echt... Der Typ hat noch null Prozent Schaden. Ich hätte mich jetzt gefreut, hätten wir die Wegmarker vorher uns geholt. Bring was mit. Sascha, rennt im Kreis. Geh doch hoch, geh hoch, geh hoch. Geh auf den Pilz. Die sprotzen doch hoch, die Schweine. Ja, aber die kleinen Sporlinge können da normal nicht hoch springen. Nee, aber die sprotzen doch auch nicht. Der war scheiße. Der war scheiße. Nein, der war süß. Eine kraftvolle Koordinatio! Habe ich hier irgendeine Schweinschkugel? Nee, habe ich nicht. Ja, egal. Ich hätte eine Kugel, aber lohnt ja nicht, wenn wir nicht alle vier hier... ...an einem Ort sind. Doch, wir sind doch alle an einem Ort. Die Kugel hilft doch eh nur für einen. Ja, das wäre weiterkommen, aber das sehe ich, glaube ich, entweder nicht. Ohhhh. Dafür ist sie zu viel Kugel. Weil nicht alle sterben. Das schon, mach mal Mentor an. Dass die Leute sehen, dass das hier Event ist. Ja, mach ich, wenn ich... ...insicher bin. Ja. Also jetzt versuche ich mal den... ...den Absturz zu... ...rekonstruieren. Nein, manchmal kann ich drauf denken. Ich dachte, ich dürfte nicht mehr aufs Zahnrädchen im Inventar klicken. So, Mentor ist an. Und ich probiere nochmal... ...und ich zu wieder zu beleben. So, bisher sind auch nicht mehr so viele Pilze direkt in der Gegend. Die kommen aber grad wieder... Okay, da kommt passt. Ja, ein Stachelwerfer oder so, ja, egal. Nein. Ich halte hier etwas den Rücken frei. Zumindest probiere es. Meine Stärken! Meine Stärken! Hier, wir. Es werden langsam mehr Leute hier. So. Gut, vergesst mal reinzunehmen. Stehen tatsächlich alle wieder. Ja. Ja. So, alles klar. Stop DDS. Jetzt kriegt es mal besorgt. Ja... Oh, 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 oh. Der kann ja näher ranziehen. Der Böse... Böse, Böse Mann. Böse, böse Pilz. Ja... Ich mag meine Pilze gerne gut durch. Ich mag sie gerne gut gekühlt. Und die alten dann Fifferling oder Chambion und nicht so ein Kackname da. Weltdienst Putweiser. Oder Putweiser. Boah, ich bin schon wieder down, ey. Scheißdieb. Wahrscheinlich liegt hier auch immer irgendwie mehr rum als... Jaja, das ist so ein Norn-Ding. Ne, das ist so ein Mentor-Ding. Genau, wie man es nicht macht, ne? Jetzt kommen mir ein Haufen Veteranen angeeiert. Ja. Ups. Ah. Ach du Scheiße. Wollen wir den Fritzen hier erstmal kalt machen? So, der Champion ist gleich weg. Oh, dann sollte sich die Situation hier auch gleich ein bisschen entspannen. Ja. Meine Güte. Okay. Gut, dann können wir weiter. So, jetzt die Wegmarke. Die Wegmarke, genau. Die Wegmarke, genau. Ich will die Wegmarke. Essenz nehmen und nach oben ballern. Das war zu Teams. Ah ne, hat gereicht. Also am Scheitelpunkt kann man ja immer fliegen, ne? Ja. Wie war da eben? Ah, das hat nicht gereicht. Vielleicht komme ich von hier aus hoch. Ah, das sieht schlecht aus. Wie war da eben eine? Die habe ich noch gesehen. Wo ist die denn? Mist. Warte, ich stelle dir ein Portal. Zu viele Pilze. Wo bist du denn? Warte, ich komme zu dir. Ja. Ja. Da bist du. Ja, alles klar. Warte. Warte, warte, warte. Ich auch. Zu viele Pilze hier. Hopp. Ja, danke. Jetzt kommen die Pilze hinterher. Ja. Boah. So. Das war schon mal gut. Das Portal. Sehr schön. Ja. Was ist die Aufgabe? Sucht nach Teilen, um Defekte der Golems zu reparieren. Untersucht seltsame Pilze und eliminiert Spinneneiernester in dem Virus. Okay. Ja genau. Hier bei Lecks Dunkelherz ist an der Ecke, da sind Spinneneier und Spinnen. Das schafft ein bisschen. Vielleicht den Nähten anschnacken. Hab ich schon. Ja. Na die anderen haben es nicht. Hier. Doch. Und da in der Ecke lag auch einer von diesen, ja, Robotern oder so, wo man so eine Teile hinbringt, so eine Golemteile hinbringen kann. Aber mit den Pilzen geht eigentlich auch immer schnell. Ja. Pilze und Spinnen geht auch gut. Und hier ist Inquestur Event. Ja. Das fehlt auch mit dazu. Okay. Okay. Ich hole mal so einen Roboter-Teil. Kill einfach alle, dann hast du sauer abgeschlossen. Ich will ja auch nur zeigen, dass es mal anders geht. Ja, das ist ja so der Klassiker, ne? Ja, genau. Alles cool. Ich bin jetzt größer. Ja, ich bin größer. Ja. Hast du dir einen Vergrößerungstank gekauft? Nö, hier lag irgendwas mit Essenz. Ach so, okay. So. Oh, Davy. Ja. Tatsächlich. So. Wo weiter. Wo weiter. Wo weiter. Na, da sehe ich mal Spinnen. Ja, ja. Ja, gibt's hier. Da wollte ich nicht. Ach. Schnell nach. Zählen die auch dazu, ja. Ja, ja. Die zählen auch. Oh je, mal die Höhle aufrollen. Ja, toll. So, mein lieber Zox. Naja, ich kann nichts mehr beim, ich kann das nicht mehr beim Kaufen, das ist doof. Ärgerlich. Hast du dich schon gemacht, die Herzen heute, oder wie? Ja, ja. Aber einmal komplett alles. Also Story und Map. Mir fehlt noch unten das Herz. Der 1 fehlt mir noch. Oben hier bei dem... In Quest Dua, oder was? Genau, bei dem Roboter da, bei dem scheiß Portal. Das fehlt mir noch. Was fehlt da? Minis habe ich auch schon. Ein Herz, das Herz. Das habe ich schon mit meinem Ehle heute gemacht. Also, um nochmal so einen Druinenfragment zu kaufen, das meint er damit, ne? Kann er jetzt nicht mehr kaufen. Okay. Dann haben wir hier noch einen Aussichtspunkt. Jetzt aber überall. Oh, Moment. Können wir gleich. Gleich habe ich das Herz voll. Achso. Das ist noch nicht so weit. Oh, bei mir schnarchelt wie der gekriegt der Herz. Ich bin knapp 3 Viertel erst. Ja, was ist da los? Ja, was ist da los? Ja, was ist da los? Genau. Oh, die muss ich noch. Oh, sie. Bei Ulo und mir. Die muss ich noch. Die muss ich noch. Ich merke. Töte sie! Meine Stärke! Sechst ein! So, wie ihr seid jetzt gar nichts. Kommen wir jetzt die auf die drauf? Hab ich? Ja. Gut. Oh, ich konnte noch gerade anfangen mit drauf zu greifen. Sehr gut. Ja, habe ich auch. Das ist geil. Das läuft. Oh, jetzt ist mein Herz voll. Oh, wo war der Fritze? So, hier war noch ein Sehenswürdigkeit oben, ne? Da ist er. Besiegt die Spinnen und findet den Edelsteuer. Hä? Hat er das mit der Story zu tun? Ja. Ja. Okay. Ich habe mir schon mal die, ich hole mir schon mal die... Essenz. Dass man hochkommt zum Ausdruckpunkt. Ach so, da ist der so ein Hüpfspunkt. Und welchen Hüpfspilz aus bist du? Hinter dir. Da, wo... So, da, Essenz. So, genau an der, an dem Lianenfuß ist diese... Genau. Ups. Ich glaube, ich bin jetzt falsch. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Wer ich denn sehen würde, würde ich mir da schon helfen. Zack. Aha. Ach ja, hier oben. Jo. Drei von fünf. Außen. Haben die Spinnen hier aber schön geschmückt. Muss man den ja lassen. Ja. Geschmückt? Das waren nicht die Spinnen. Ech? Das war Zinn. Die Spinnen. 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 So, ich habe hier doch eine Sehenswürdigkeit noch gesehen, die in der Nähe ist. Ups. Hier. Da können wir wahrscheinlich auch dran vorbei. Da kann man hier über diese Hüfte, glaube ich, hin. Okay. Ui. Da war ein outfit. Ja. Oh. Und die Wände ist hier. Ja. Moment. Sind wir hier. Die ist noch ein höher. Die ist da oben auf der. Aber kommen wir dran hin. Komm, wir helfen dem da erstmal. Ja, ja, den. Ja. Der liegt hier schon so lange rum. Seit gestern. Ja. Zwei Stunden AFK gegangen. Ja. Krieg ich dich. Na, über den outfit hier, oder? Also nicht. Ja, da kommt er so hoch. Ja. Ja. Ja, der outfit ist noch gut, ja. Das machen wir mal. Ganz genau. Verstörer hacken. Das ist übrigens, also wenn ich es richtig weiß, ist das ein Vor-Event für die Legenden unten. Boah, ich krieg viel Kondi rein. Oh, oh, oh. Ich wünsche, hier schmeißt du mal jeder Wild mit Portalen um sich. Ja, wer da wohl ist. Ja, ups. Ja, man weiß noch nicht, was passiert, ne? Vielleicht kann man ja die Gegner wegteleportieren. Ja, nicht praktisch. Ja. Äh, wo müssen wir hin? Grob. Äh. Ja, nur hoch. Was ist denn da unten noch für eine Sehenswürdigkeit, die wir nicht haben? Da unten. Aber sie unter mir? Die meinte ich eigentlich, glaub ich sogar, oder? Ja. Ja. Die hab ich, die hab ich gerade mir geholt, beim Fliegen. Und da, direkt unter uns ist noch eine. Direkt jetzt, wenn du eine Map runter gehst. Ja, ich... Also hier am Aufwind runter, ja? Die ist über uns. Hä? Scheißaufwind. Ne, die ist dann noch tiefer, oder nicht? Ach nee, ja, jetzt hab ich die auch. Alles klar. Ja. Ja. Okay. Genau, die hab ich geholt, wo ich den Heindaddel hier geholt hab. Ein Daddel? Ja, hier gibt's doch hier für den Roboter. Für unten, für das Herz. Mit Golem, toll. Mhm. Okay. Okay. So, wir haben, glaub ich, hier einen Hüpf-Pilz? Nee, nee. Ich wollte es nur mit Riem. Mit Riem. Mit Riem. Mit Riem. Also auf die kommt man auf jeden Fall locker hoch da auf die andere. Mit so einer Essenz. Ja. Jetzt müssen wir noch eine Ladung. Ja, hier, da ist ja schon wieder die nächste. So. Hier ist ja schon die nächste Essenz. Wenn wir das gleich hier holen. Ne, ich finde das furchtbar, dass man die nicht irgendwie abspeichern kann, und das dann wieder Ausrüstungsgegenschaft ist. Hä? Ich finde das furchtbar, dass das die Waffen ersetzt. Ach so. Ja, das ist dann plötzlich, wenn du überraschend in den Kampf kommst, ist das ganz schön ätzend, wenn du mit denen... Ja, mach einmal Waffen wechseln, dann hat sich das erledigt. Ja. Dann ist die ja wieder weg. Genau. Und aber, der muss wieder neu sammeln. Das war ja... Ja, aber die sind hier überall, also... Gelten sind die ja nun nicht grad, ne? So. So, wo ist das Ding dann jetzt nochmal? Ach da, in der Mitte. Da muss ich hin. Ich bin in die völlig falsche Richtung. Egal. Du sagst falsch. Na gut, dann braucht er Sascha ja nicht hier hoch, ne? Ja, die Maps auch ein bisschen... Oh, nachher, wenn du ein paar Mal gelaufen hast, dann geht das eigentlich. Geht ihr denn jetzt hin? Wo wollt ihr denn jetzt hin? Na, zu der... zu dem... Front of You. Du leg mal so, oder? Ach so. Sehnswürdigkeit da. Ach ne, ja... Hier oben. Die? Ich hab sie. Ne. Ah. Äh, zu... Die. Ach so, okay. Okay. Gut. Die habe ich irgendwie schon mal gekriegt. Ach so, die. Okay. Verstanden. Jo, hab ich. Gut. Und dann können wir jetzt rüber zu den... Banditenfliegen da, ne? Das Herz machen und Story war da. Juuu. Sollten wir nicht 20 Minuten gerade wieder voll haben? Warte mal, ich... Ja, 21 Minuten, ja. Gut, dann machen wir hier doch einen Cut und sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Tschü, tschü. Ciao.